Liebe Geschwister, wir werden heute ein Thema besprechen, was wir häufig eigentlich antreffen und was uns tagtäglich betrifft in jeder einzelnen Situation, in jeder einzelnen Handlung, die wir vollziehen. Allah subhanahu wa ta'ala zakt in Qur'an, in Surah Al-Yahmran. A'udhu billahi min al-shaytan rajeem. 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 In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Wir sehen hier, es geht um den Verstand. Es gibt viele Vorträge, die über den Verstand und über das Wissen handeln. Und wir haben hier auch bei dieser Khutba oder auf dieser Stelle mehrmals darüber gesprochen. Heute möchten wir das noch etwas vertiefen und vielleicht von einer anderen Seite betrachten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allama hul-bayyan. Ar-Rahman, der Al-Abama hat den Qur'an gelehrt. Er hat den Menschen, also uns, erschaffen. Und was zeichnet diesen Menschen aus? Er hat ihnen die klare Darlegung dargelegt, die Unterscheidung, die Klarheit. Wenn wir uns so einen Menschen anschauen, so wie wir es sind, dann werden wir erkennen, dass wir aus Fleisch und Blut und Organen bestehen. Dass wir uns bewegen, etwas festhalten, materiell. Aber wir werden auch ganz schnell erkennen, so wie es in diesem Ayat heißt, dass wir noch etwas besitzen, was wir nicht fühlen oder anfassen können. Immateriell. Ideell. Das ist der Verstand. Das ist dieser Geist, der Ruh, Seele, Verstand, all das. Al-Qalb, also nicht das Organ, sondern das Seelische mit Al-Qalb, ist nicht materiell fassbar. Und das sitzt in uns drin und das haben wir zu benutzen. Und da zeichnet es den Menschen aus, es auf dem besten Weg zu nutzen. Und so, wie es Allah Subhanallah gesagt hat in Surat Ali Imran. Diejenigen, die ihren Verstand benutzen in ihrem Umfeld und um sich herum schauen und sagen, Subhanallah, Subhanallah. Der Verstand wird im Koran sehr häufig angesprochen. Und in verschiedenen Formen. Ulil al-Bab, la'allakum, la'allakum yatafakkarun, gedenken sie nicht. Fikr, der Prophet Muhammad s.a.w. hat sich manchmal Tage, Nächte, Wochen, vielleicht sogar Monate in die Berge zurückgezogen. Warum? Um Fikr zu machen. Noch bevor er zum Propheten ausgerufen worden ist. Warum? Das heißt nachzudenken, um zu sehen. Die Frage ist, tun wir das auch? Wir haben einen Körper. Wir haben einen Verstand. Wir haben ein Herz. Wie viel Zeit von diesen 24 Stunden, die uns am Tag zur Verfügung stehen, benutzen wir im Gedenken und Nachdenken an der Schöpfung Allahs? Wir sind sehr abgelenkt mit Handy und Arbeit und Internet und Facebook und und und. Freunde, Beziehung, hin und her. Aber wann wart ihr das letzte Mal in einer Höhle auf einem Berg und habt euch die Schöpfung angeschaut? Und darüber nachgedacht, wie Allah das erschaffen hat? Sind wir vielleicht gefangen in dieser Dunja, in diesen Bestrebungen, die es hier so gibt und vergessen das, was Allah uns eigentlich hier lobt und sagt, was den Menschen ausmacht, dass er nämlich nachdenkt. Der Verstand ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die eigentlich nur der Mensch besitzt. Tiere haben nicht den Verstand, den wir auch haben, den wir haben. Und eine wichtige Aktion des Verstands ist die Zuschreibung einer Ursache. Die Ursache von etwas zu beschreiben ist eine reine Verstandsarbeit. Wenn ich euch frage, was ist die Ursache von dem und dem, dann muss jeder Einzelne seinen Verstand einschalten. Ohne dem würde das nicht gehen. Was ist die Ursache ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Frage. Und deswegen geht unsere Chutva heute um diesen Punkt. Was ist die Ursache von? Da gibt es verschiedene Anzeichen und verschiedene Sachen, die wir analysieren können. Was ist die Ursache? Was ist die Ursache, dass du existierst? Was ist die Ursache, dass du heute hier bist? Was ist die Ursache, dass ich diese Sachen hier trage? Was ist die Ursache? Wir benutzen alles um uns herum tagtäglich und wir sind uns manchmal nicht bewusst über das, was da ist. Weil wir unseren Fokus, unseren Verstand nicht darauf abziehen. Wir leben, wir gehen, wir arbeiten, wir sitzen jetzt alle hier und alle hören sozusagen meinen Worten zu. Aber man kann seinen Verstand immer fokussieren und auf bestimmte Dinge lenken und von bestimmten Dingen abwenden. Und diese Verstandsarbeit, um die Ursache eines Problems zu lösen oder zu finden, das bedeutet, dass jemand seinen Verstand sehr gut einschätzt. Wir sitzen hier und wir haben unseren Verstand eingeschaltet und versuchen jetzt aufmerksam zu analysieren, was will der da oben mit euch jetzt mit diesen Gedanken gehen. Es gibt nämlich Menschen, die materialistisch ausgerichtet sind und von denen sind wir heute sehr stark beeinflusst, auch die Muslime, und sie merken das gar nicht, haben in ihrem Denken materialistische Strukturen entwickelt. Vergessen aber, dass wir nicht nur aus Materie bestehen. Wir fokussieren uns nicht nur auf die Materie, sondern auf dem, was darüber ist. Es gibt nämlich Menschen, die materialistisch ausgerichtet sind und diese Ursachenbeschreibung negieren. Es gibt keine Ursache für irgendetwas. Die sagen, es gibt A und es gibt B, aber keine Ursache vermittelt zwischen beiden. Warum sagen sie das? Weil sie in demselben Augenblick dann nämlich akzeptieren, dass es etwas gibt, was nicht materiell ist. Das ist unser Verstand. Wenn ich eine Ursache etwas zuschreibe, bedeutet das, dass das eine Gehirntätigkeit ist, etwas Immaterielles, was ich nicht sehen, fühlen, fassen kann. Und das möchten sie nicht haben und deswegen versuchen sie Auswege zu finden, um am Ende zu sagen, der Verstand ist nicht das, was wir so denken, sondern das Verstand oder die Gedanken sind das, was das Gehirn produziert. Neuronale Aktivität, Synapsen, die bestimmte Transmitter ausschütten und bestimmte Hormone, die irgendwie funktionieren. So wie die Leber die Gallenflüssigkeit produziert, produziert unser Gehirn Gedanken. Das ist die Aussage. Um zu negieren, dass es etwas Immaterielles gibt. Wobei wir Muslime glauben an das Verborgene. Wir glauben an verborgene und an immateriellen Dinge in uns. Und sollten es uns auch wieder bewusst machen. Wie sagen sie dann? Die sagen dann zum Beispiel, ich habe ein Blatt Papier und ich habe Feuer. Wenn ich das Blatt Papier ins Feuer tue, dann sehe ich nur das Feuer und das Blatt Papier und danach das Verbrennen des Papiers. Das eine korreliert mit dem anderen, aber ich kann nicht sagen, dass das die Ursache von dem ist. Sondern das kommt einfach nur hintereinander. Ich sehe zwei Dinge und ich kann nicht immer sagen, dass das die Ursache von dem ist. Und wir haben in unserer Religion auch von den Aschaira und Imam Razali zum Beispiel, der sehr viel zu dieser Thematik auch geschrieben und erforscht hat. Die Grundlagen dafür, er sagt nämlich, dass die Ursache von allem, jeden Einzelnen, das Verbrennen des Papiers Allah ist. Und nicht das Feuer. Und hat dafür seine Beweise geholt. Und darauf aufbauend, Imam Razali war deutlich früher, aber es war nicht nur Imam Razali, sondern Al-Kalam und Aschaira. Die haben das dann später übernommen. David Hume ist ein ganz Bekannter, der das nämlich übernommen hat aus dem muslimischen Gedankengut. Die Muslime haben das benutzt, um den Islam zu rechtfertigen und um Allah als die Ursache darzustellen. Und er hat es dann genommen und kopiert und das mit Allah rausgeschoben und gesagt, dass es keine Ursache gibt, um das komplette Immaterielle auszublenden. Wir müssen halt in diesen Fällen diskutieren, so wie zum Beispiel Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen worden ist. Ibrahim a.s. ist ins Feuer geworfen worden. Hat ihn das Feuer verbrannt? Nein, hat es nicht. Und das ist auch die Beweisführung dafür, dass die einen sagen so, die anderen sagen so. Wir Muslime könnten da zwei Meinungen haben, auch da diskutieren die Gelehrten darüber. Das Feuer ist die Ursache für das Verbrennen. Deswegen, wenn ich tausendmal das Blatt ins Feuer tue, verbrennt tausendmal das Blatt. Wenn aber Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen wird, dann ist er nicht verbrannt worden. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O Feuer, sei kühl und friedlich auf Ibrahim. Nur für ihn. Und kühl und friedlich nur für ihn. Ansonsten hätten wir heute auch kühles und friedliches Feuer, was nicht existent ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es hier spezifisch für Ibrahim a.s. gesagt. Das bringen manche muslimische Gelehrten als Beweis dafür, dass es nicht eine Ursache des Feuers ist, um etwas zu verbrennen, sondern dass Allah die Ursache jedes Mal, jedes einzelne Mal begibt. Die anderen sagen aber genau andersherum, das ist der Beweis dafür, dass das Feuer verbrennt, weil Allah gesagt hat, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Warum hat Allah zum Feuer gesagt, es soll kühl sein? Weil es, wenn es nicht getan hätte, es verbrennen würde. Weil er nämlich von vornherein schon die Anweisung an das Feuer gegeben hat, in Sunnatullah, in der Rechtmäßigkeit auf unserer Erde, dass es immer die Ursache ist für Verbrennung. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala es an diesem Fall gestoppt. Wir sind uns alle einig, dass Allah die Ursache von allem ist. Wir sind uns alle einig, dass Allah das Feuer verbrennen lässt. Und wenn er nicht will, dann verbrennt es nicht. Die Unterscheidung hier ist aber eine kleine Verstandsarbeit, weil wir nämlich oft Sachen zuschreiben und als Ursache deklarieren. Und im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass das gar nicht stimmt. Jahrhunderte oder Jahrtausende hat man geglaubt, dass die Ursache vom Donner der Blitz ist. Du siehst einen Blitz und ein paar Sekunden später kommt der Donner. Also korreliert es in meinem Gehirn, die Ursache von dem Donner ist der Blitz. Das ist eine Verstandsarbeit. Wenn wir unseren Verstand nicht einschalten, würden wir das auch nicht erkennen. Es kam aber dann heraus, dass der Blitz und der Donner eine ganz andere Ursache haben. Und zwar die elektrische Entladung in der Atmosphäre. Wir haben eine elektrische Entladung und dann kommt der Blitz schneller an, weil Licht schneller als Schall ist. Wir sehen zuerst das Licht des Blitzes und später hören wir den Schall. Aber die Ursache des Schalls ist nicht der Blitz. Wir hätten ein Problem, wenn wir jahrhundertelang beweisen würden, im Islam heißt es, dass der Blitz die Ursache ist von dem. Und am Ende finden wir dann heraus, das stimmt gar nicht. Und da müssen wir auch etwas vorsichtig sein in diesen, wo wir sagen, die Wunder des Korans. Wir können das anführen und wir können das bringen, aber bis zu einem bestimmten Maß auch aufpassen. Denn das hilft uns temporär, aber wir müssen aufpassen, wenn was Neues entwickelt worden ist oder entdeckt worden ist, dass wir das dann nicht einfach komplett umschmeißen und dann sagen, oh nein, immer weiter denken. Die Leute, wie zum Beispiel David Hume, der sagt, dass es keine Ursache gibt, um uns am Ende materiell, also einfach nur materiell zu beschreiben, die beenden dann sozusagen ihren Gedankengang darin, in alles skeptisch zu sehen. Und deswegen beschreiben sie auch nur. Und deswegen, wenn wir eine Statistik anführen, dann nennt man das deskriptiv. Ich beschreibe nur, so und so viele Menschen gibt es in dieser Stadt und so und so viele Erkrankungen oder so und so viel ist die Temperatur und so und so viel haben wir davon. Das wird nur beschrieben. Aber diese Analogie der Ursachenzuschreibung haben wir nicht. Und wir möchten heute versuchen, klinisch und in anderen Forschungsarbeiten immer, die Ursache von etwas herauszufinden. Es werden Millionen, Milliarden von Geldern ausgegeben, um Ursache zu erkunden. Die Ursachenforschung. Es werden klinische Studien gemacht. Und man versucht herauszufinden, wie ist der Krebs entstanden? Warum entsteht ein Krebs und man hat Billionen von Geldern ausgegeben, um die DNA anzuschauen. Im Zellkern, da gibt es eine DNA-Struktur und dort gibt es irgendetwas, was sich verändert, mutiert, wie auch immer. Und dann will man dieses Gen herausfinden und hofft darauf, dass man dann dieses Gen irgendwie stoppen kann, um den Krebs nicht mehr auslösen zu lassen. Das heißt, man schreibt dieser Zelle, Zellkern, DNA eine Ursache für den Krebs zu. Das machen sie. Kann es aber nicht auch sein, dass wir eine Zelle haben, die Ernährung von außerhalb bekommt, außerhalb der Zelle. Wir haben eine Zelle, sie bekommt ihre Ernährung aus der extrazellulären Matrix um die Zelle herum. Pischinger Raum oder wie man das auch nennen mag, um die Zelle herum ist Flüssigkeit. Und von dort gelangen die Nährstoffe in die Zelle hinein. In der Zelle wird das verarbeitet und die Abfallstoffe werden wieder hinaustransportiert. Was ist, wenn ich zu viele Abfallstoffe um der Zelle herum habe? Dann kommen Giftstoffe wieder zurück oder die Nährstoffe kommen nicht richtig an. Das heißt, die Zellfunktion im Inneren ist gestört. Daraus könnte sich ein Krebs entwickeln. Wir Muslime denken halt leider oft in unserer Zelle. Und sollten versuchen, außerhalb unserer Zelle zu denken. Ursachen außerhalb zu sehen. Das zu überdenken, was wir so tun. Die Menschen sind heute sehr fokussiert auf eins, zwei, drei. Mach das, dann ist fertig. Man macht eine Statistik über alle und dann setzt man einen Schlussstrich. Die Welt ist aber leider nicht so. Oder zum Glück nicht so. Die Welt ist individueller, vielfältiger. Und wir müssen differenzierter unterscheiden können. Und das ist eine Verstandsaufgabe. Es ist einfach zu sagen, es ist so, fertig aus. Leider ist unsere islamische Einstellung sehr geprägt heutzutage von dieser Einstellung. Es ist so, fertig. Es ist haram. Fertig. Oder es kommt darauf an, lieber Bruder. Das ist sicher haram. In deinem Fall musst du aufpassen. Es gibt aber vielleicht eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Umgebung drum herum, wo Gelehrte eine andere Meinung haben. Und das war die Praxis der Muslime über Jahrhunderte. Dass wir differenziert unterscheiden und die Ursache und die Rechtsprechung immer anpassen, unterschiedlich. Das ist eine Verstandsarbeit. Und diese Verstandsarbeit ist leider, um das zu machen, muss man sich überwinden. Es kostet etwas Überwindung. Und das kann nicht jeder. Zu reflektieren. Bin ich in meinem Denken richtig? Es ist einfach. Jeder sagt, wir sind Muslime, wir sind richtig. Wir sind Muslime, wir sind richtig. Bin ich aber so, wie ich als Muslim denke, richtig? Kann ich nicht nochmal gucken? Mach ich nicht irgendetwas falsch? Was ist die Ursache von dem und dem? Warum hat Allah das und das gesagt? Was ist das Ziel von der Aussage im Koran? So haben die Gelehrte Abu Hanifa, Imam Shafi und so weiter nachgedacht und auch erforscht. Wir vernachlässigen das und kommen in so einer Grundhaltung von, nein Bruder, das ist so. Da gibt es keine Diskussion. Anstatt zu gucken, was ist gemeint, was ist das Ziel, was ist die Ursache von dem, von dieser Aussage. Wenn wir mit solchen Leuten diskutieren, wie zum Beispiel David Hume und anderen, die diese Ursachenzuschreibung, dieses Geistige negieren und weghaben wollen, dann können wir sie fragen. Diese geistige Vorstellung der Ursachenzuschreibung, diese Verstandsarbeit, die Ursache von dem ist das und das, diese Idee, die existiert. Wenn ich sage, das Feuer ist die Ursache von der Verbrennung des Blattes, dann ist diese Aussage existent. Wo kommt diese Aussage denn her? Ja, das ist nicht materiell. Das heißt, derjenige, der sagt, es gibt es nicht, der kann widerlegt werden dadurch, indem du sagst, diese Idee der Ursachenzuschreibung, auch wenn du nicht dran glaubst, aber die existiert, dadurch, dass sie existiert, ist sie da. Auf der anderen Seite, warum redest du gegen diese Ursachenzuschreibung, diese Verstandsarbeit, warum tust du das? Du hast zum Ziel, etwas zu verändern. Das heißt, indem du redest, benutzt du das Gesagte als Ursache, um beim Gegenüber etwas zu verändern. Das heißt, du benutzt die Ursache. Wenn du betest, hast du irgendeine Einstellung in dir, du willst irgendetwas erreichen als Ziel. Du kannst dein Leben nicht ohne Ursache und Folge leben. Es hat alles eine Ursache und eine Folge. Und unsere Verstandsarbeit zu schulen und zu schleifen und zu verbessern und anzupassen, um zu sehen, was ist wirklich die Ursache. Ich mache immer wieder meinen Fehler. Mir geht es nicht gut. Ich habe Geldprobleme. Ich habe Beziehungsprobleme. Ich bin krank. Ich habe ein Problem in meiner Gemeinschaft. Was ist die Ursache? Du machst immer wieder diesen Fehler und immer wieder diesen Fehler. Wenn du nicht diese Verstandsarbeit leistest, um die Ursache des Ganzen herauszufinden, wirst du diesen Fehler immer wieder machen. Und der Prophet Muhammad SAW sagt, dass ein Gläubiger oder einer, der mit Achtsamkeit durch das Leben geht, nicht aus einer Höhle zweimal gestochen wird, nicht aus einer Höhle zweimal gestochen wird. Er lernt aus seinen Fehlern. Wenn er ein Loch ist und er hat seine Hand reingetan und wird gebissen oder gestochen, er macht es nicht noch einmal. Er lernt. Und dieses Lernen müssen wir lernen. Man kann lernen, er lernen. Wir haben gesehen, dass wir unseren Verstand benutzen, um bestimmte Zuschreibungen zu machen. Zu sagen, das ist die Ursache von dem. Dafür brauche ich meinen Verstand. Und dieser Verstand zeichnet uns Menschen aus. Und diesen Verstand lobt Allah im Koran an vielen Stellen. Wie wir vorhin gesagt haben, wir neigen oft dazu, nicht achtsam zu sein. Nicht achtsam unserer Umgebung gegenüber. Nicht achtsam uns selbst gegenüber. Wenn wir achtsam wären, dann würde unser Leben, unser Zusammenleben ganz anders sein. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns oder ruft uns im Koran immer wieder dazu auf. Achtsam zu sein. Ittakullah. Seid achtsam Allah gegenüber. Laallakum tattaquun. Auf das ihr achtsam sein möget. Taqwa, taqwa, ittaquuhu, ittaquuhu, ya laallakum tattaquun. Immer wieder in verschiedenen Formen. Wenn jemand Kinder hat, zum Beispiel, und ihr kennt das alle, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Oder hast du dein Zimmer aufgeräumt? Immer wieder sagt es der Vater oder die Mutter. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Wieso hast du deine Hausaufgaben noch nicht gemacht? Machst du deine Hausaufgaben noch? Hast du die Hausaufgaben schon erledigt? Immer wieder in einer anderen Form. Warum macht man das? Warum benutze ich immer wieder neue Wörter? Weil er die Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Ganz einfach. Wenn er die Hausaufgaben gemacht hätte, würde ich nicht nochmal fragen und in verschiedenen Formen fragen. Wenn er es gemacht hätte, würde man nicht nochmal fragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß genau, dass wir unsere Hausaufgaben nicht machen, dass wir nicht achtsam sind. Und deswegen fragt er in verschiedenen Formen. Einmal so, einmal so und auf das ist und so weiter. Es würde ausreichen, einmal zu sagen, seid achtsam. Einmal im Koran gibt es, es gibt eine Aufforderung im Koran. Wer von euch den Monat Ramadan erfährt, der soll den Monat fasten. Und was ist passiert? Alle Muslime fasten. Der, der betet, der vielleicht nicht betet, der schon irgendwie weit weg von der Religion. Alle Muslime fasten. Es ist nur einmal im Koran beschrieben. Nur einmal. Milliarden und anderthalb Milliarden Menschen fasten. Aufgrund eines Worts. Falyasum im Koran. Aber an über 200 Stellen im Koran steht, Ittaqullah. Ittaqu. Seid achtsam. Habt Achtsamkeit. Schaut um euch herum. Benutzt euren Verstand. Warum? Weil es schwer ist. Es ist schwer für uns, achtsam zu sein. Und Allah kennt uns. Und er will uns helfen. Und deswegen sollten wir versuchen, achtsam zu sein. In unserer Umgebung. Wenn wir Achtsamkeit erlangen wollen, dann müssen wir unsere Augen öffnen und fokussieren auf bestimmte Fehler, die wir machen. So wie ihr hier jetzt alle sitzt, hört ihr mir zu. Und ihr seid achtsam mir gegenüber. Den Worten. Keiner von euch ist oder fühlt seine Hose oder sein T-Shirt. Habt ihr ausgeblendet. Jetzt, wo ich es gesagt habe, spürt ihr das auf einmal. An eurer Haut, obwohl es die ganze Zeit da war. Warum? Ihr habt Achtsamkeit drauf gelenkt. Dadurch, dass ich meinen Fokus in meinen Geist verschiebe, kann ich etwas erfahren oder auch nicht erfahren. Und dieses Spiel der Achtsamkeit müssen wir Muslime lernen. Nicht immer dasselbe sehen und nicht immer dasselbe reden und nicht immer dasselbe nachlaufen, sondern das überdenken, was wir machen. Möge Allah SWT uns zu den Achtsamen sein lassen. Alles Lob gebührt Allah, der uns einen Verstand gegeben hat, den wir zu benutzen vermögen. Ein Gelehrter oder einer, der im Namen des Islams spricht, wurde gefragt, ist es erlaubt, von Nichtmuslimen Wissen anzunehmen? Und er antwortete, wenn es dich nicht von deinen Gebeten und von deinen Handlungen dem Islam gegenüber ablenkt, dann ist es erlaubt unter der Bedingung von 1, 2, 3, 4, 5, 6. In so einer Welt leben wir. So ist unser islamisches Verständnis heute. Anstatt zu sagen, du, es ist Pflicht, das Wissen anzunehmen, macht er es so, als es ist erlaubt, wenn, so an 1, 2, 3. Es ist Pflicht, Wissen anzunehmen. Al-Hikmatu dahlatul mu'min. Die Weisheit ist das verlorene Gut des Gläubigen. Er muss es, wo er es findet, muss es knappen, muss es holen. Da gibt es keine Diskussion. Aber unser Verstand wird immer mehr eingeschränkt in unseren islamischen Moscheen, Gemeinden, Unterbrüdern, Vorträgen. Und es ist wichtig, mit sich selbst anzufangen. Ich fange mit mir selbst an. Du sollst mit dir selbst auch anfangen. Wir reden nicht über die Gelehrte, über die Imame, über die Ummah. Alle Muslime, warum reden wir über diese Ursachenzuschreibung? Was ist die Ursache von unserer Lage heute auf der Welt? Jetzt gibt es verschiedene Theorien. Jeder hat etwas anderes im Kopf. Ein Bruder wird denken, weil wir den Misswagg nicht benutzen. Und das gibt es. Unter uns Brüdern gibt es Leute, die denken, wenn wir den Misswagg benutzen, würde die muslimische Gemeinschaft ganz anders werden. Die anderen sagen, weil wir kein Kalifat haben. Und das gibt es. Es gibt Leute, die denken, wir müssten einem Kalifat hinterherrennen und wir brauchen irgendwie Scharia und müssen irgendetwas hochjagen. Lieber Bruder, du hast Probleme mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Diese Geschwister haben Probleme in ihrer Familie und wollen ein Kalifat gründen. Fang bei dir selbst an, bitte. Fang bei dir selbst an. Verändere das, was deine Umgebung zum Schlechten gebracht hat. Such dort die Ursache. Was hat dich in diese Lage gebracht? Du kannst doch nicht die ganze Welt retten, wenn du in deiner Familie Probleme hast. So denken wir. Es ist wichtig, bei sich selbst anzufangen. Und wenn man nicht bei sich selbst anfängt mit Selbstkritik und das, was man überlegt und nachdenkt, nicht nochmal überdenkt, dann bleiben wir so, wie wir sind. Und es geht immer so weiter und wir fallen immer wieder hin und wir sind immer wieder krank. Überleg. Es gibt verschiedene Ursachen für bestimmte Erscheinungen. Es ist nicht einfach herauszufinden und einzusehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und Allah sagt im Koran, dass die Gläubigen bezeugen, ob es richtig oder falsch ist, auch gegen sich selbst. Wenn ich vor einem Richter stehe und es geht um irgendeine Thematik und ich bin beschuldigt, dann muss ich sagen, ich habe das und das gemacht und es ist gegen mich selbst. Oder gegen meinen Vater oder gegen meine Mutter oder gegen... Wir sind mit der Gerechtigkeit. Wir versuchen das klare Al-Bayan darzustellen. Ja, was ist klar? Das ist die Arbeit eines Gläubigen. Und wer das schafft, der fällt sehr wahrscheinlich unter diesen lobenden Versen aus dem Koran, die Allah SWT beschreibt. Und diejenigen, die nachdenken, die Erscheinungen analysieren und die Ursachen versuchen, noch etwas anzupassen. Was habe ich in meinem Leben gemacht? Und ich kann euch tausende von Beispielen bringen, wo manche Leute denken, das ist so und sie machen das immer wieder. Ich bin Arzt, in meine Arztpraxis kommen Menschen und sie essen immer Joghurt und Milch und Kakao und trinken und so und so irgendwas und haben ihre Schleim in der Nase und Sinusitis und Nasendebenhöhlenentzündung und so weiter. Gehen zum Arzt, die Nasenscheidewand ist schief. Die Nasenscheidewand wird operiert, ist immer noch Schleim da. Die Nasenscheidewand ist nicht die Ursache. Dann werden dann die Nasendebenhöhlen operiert. Die Nasendebenhöhlen sind auch nicht die Ursache. Wenn er davon nur etwas reduziert und was anderes ist, ist das Problem weg. Mehrfach erprobt. Seit Jahrtausenden in Ayurveda, in TCM, in der Yunani-Medizin bekannt. Aber heute denken wir anders. Eine Patientin hat Nackenschmerzen seit Jahren. Man löst bestimmte Punkte nur am Bauch und sie steht nach einer Viertelstunde auf und die Schmerzen sind weg. Die Ursache ist etwas anderes als das, was man denkt, CT, Tomografie, sonst irgendetwas gemacht. Die Ursache ist woanders. Fokussieren. Wir sind immer mehr spezialisiert. Der Arzt guckt in die eine Richtung. Es ist der Internist, der Kardiologe. Und bei der Kardiologie ist er spezialisiert, beim Herzen, dann noch auf die elektrophysiologische Untersuchung, EPU. Und dort ist er dann der Spezialist bei Vorrufablationen und so weiter. Es ist immer tiefer und das ist dann der Höchste. Kann es aber nicht sein, dass das Wetter einen Einfluss auf das Herz hat? Kann es nicht sein, dass unser ökonomisches System einen Einfluss auf mein Herz hat? Kann es nicht sein, dass mein Umfeld oder meine soziale Verbindung einen Einfluss auf das Herz hat? Wir müssen raus aus unserer Zelle. Denken überdenken. Versuchen anders zu denken. Zu analysieren. Zu reflektieren. Und das ist das, was einen Menschen mit Verstand ausmacht. Das kann der Mensch. Und wir können das alle. Aber wir müssen schauen, wenn jemand in Geld Probleme ist, hat er vielleicht nicht richtig gehandelt und ist dann da reingerutscht. Dann kann er nämlich die Kette verfolgen und schauen, was ist die Ursache von dem Ganzen. Und wenn er die Ursache behebt, dann haben wir das Problem von der Ursache her behandelt. Ursachen, Behandlung. Ida urifas sabab, batulal ajab. Das ist ein arabisches Sprichwort. Wenn die Ursache bekannt wird, dann wundert man sich nicht mehr. Dann weiß man, ach so, deswegen ist das so. Und wenn wir uns anschauen, warum wir in so einer Lage als Muslime sind, dann können wir uns auch anschauen, wie wir unseren Islam praktizieren. Wenn wir uns überlegen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Hidja gemacht hat, wie genial er das geplant hat. Mit Einzelheiten, mit Nachrichtendienst, mit Versorgung, mit, 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 mit. Und wenn wir schauen, wie wir unsere Kleinigkeiten hier planen, dann werden wir einen Riesenunterschied sehen. Unsere Geschwister, die das Kalifat haben wollen, haben keine Arbeit manchmal. Können ihr Leben nicht auf die Reihe bringen. Während die Propheten und die Sahaba ganze Völker geführt haben. Im arabischen Raum vor 1400 Jahren, die sich bekriegt haben. Das ist eine Kunst. Und das ist Management. Das ist Leadership. Wie hat er das geschafft? Und es war noch schlimmer als unsere heutige Situation damals. Aber er hat es geschafft. Indem er alles überdacht hat. Indem er alles beachtet hat. Begutachtet hat. Individuell eine Lösung gefunden hat für das Problem. Wir Muslime sollten versuchen, wieder dahin zurückzukommen, dass wir differenzierter nachdenken. Mögen wir zu denjenigen sein werden, die das so gut wie möglich verfolgen können. Mögen wir zu denjenigen, die die Ursachen der Probleme erkennen. Mögen wir uns in unserem Verstand stärken. Mögen wir uns selbst reflektieren lassen. Mögen wir unsere eigenen Fehler suchen. Und unsere eigenen Fehler in unseren Gedanken suchen. Und unsere eigenen Fehler in unseren Familien suchen. Und mögen wir dann diese Fehler auch beheben. Möge Allah SWT uns dazu verhelfen, die Fehler, die wir begehen, zu beheben. Möge Allah SWT uns dazu bringen, Leute zu sein, die demütig und reumütig zu Allah SWT zurückkehren. Mögen wir diejenigen sein, die diese Gesellschaft zu einem Positiven beeinflussen. Dass wir die Probleme in dieser Gesellschaft erkennen. Und dass wir dann dieses Problem auch von der Ursache her behandeln können. Möge Allah SWT all unsere Taten aufrichtig für ihn sein lassen. Möge Allah SWT uns, so wie wir die Ursache erkennen, auch unser Ziel erkennen lassen. Möge Allah SWT uns, unser Ziel, die reine Anerkennung Allah SWT sein zu lassen. Aufrichtig ihm, allein dienend. Astagfirullah.